Hey und Willkommen zu einem kleinen Best-of von Mia Gürmelitz-Parli. Viel Spaß und bewertet den Part. Wow! Nein! Alter! Ganz am Ende! Komm schon wieder rein, bitte! Warum sitzt du auf meinem Platz? Steig doch, Mann, steig doch jetzt ein, ich hasse euch! Hallo, ich bin hier unten! Steig halt aus! Mein Platz jetzt! Jetzt steig doch rein! Na mal! Das war sein Platz! Junge, da ist das ich zuerst! Ey Leute! Ich geb dir meinen Platz bei looten! Danke! Danke! Maudado! Ja! Okay, meiner ist eingeschlafen! Jetzt steig ein! Ich steig ein! Es ist wieder auf meinem Platz! Es ist auf meinem Platz! Ich steig um! Steig doch bitte ein! Vorne rein! Ich geh vorne rein, hallo! Ey! Jetzt beide gleichzeitig tot. Haha! Ja! Okay! Ich warte auch mal! Hab's verloren! Warte! Aua! Hä! Hab's verloren! Lass mich mal! Äh! Spot kalt's mir, bis einer von uns schlippt! Oh! Oh! Okay! Nimm du einfach! Ey du! Jetzt! Mann! Ist mal bei mir! Hol ihn dir! Du! Oh! Du! Komm mal schnell! Ja! Ja! Da bin ich! Hahaha! Das war das beste Ende, was ich euch erlebt habe! Oh, Mann! Hier ich bring euch hin Oh nein nein nicht mit dem fahren Fahr schnell schnell Ich am Heli Fahmt her Was war ich nicht hier Das hättest du sehen müssen Lebt meine Liebe Hier muss ja irgendwas sagen Als ob Warum liegt der denn da einfach rum Und dieses Kackradio Dieser Scheiß Song Deaktiviere dich Und deaktiviere Dich Alter Hab ich mich erschrocken Ja hör doch auf Ich schau mir nochmal die Wiese an Zur Entspannung Das darf ich doch ne Ist das schön Du bist schon am kämpfen Ich hab halt den besseren Ball Und mich kriegst du nicht Nein Ja ich hab's doch geschafft Warte ich explodier ich Wenn ich zu schnell bin Nee Wenn du irgendwo gehen gehst Oder so Nee umso schneller ich rolle Umso schneller ticke ich Ich hab Angst dass ich LOL Ja dann Geh ich mal in die nächste Welt Oh Hä Hä Achso da Ha Bruder Ja Komm in meine Arme Komm Oh Warte Aber so umatmen sich nicht Nicht wieder Nein Drück mich nicht wieder Ich trete dich 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 Ich häng da fest Ist der Sag mal bist du gestört? Bist du Junge Was macht der für Bodyslams? Ich möchte nicht Dass dieser Junge es schafft Kommt der auch nochmal wieder Das macht man Ich brauche einfach bei dir werden Ja Hahaha Hahaha So geht es aber nicht Tschüss du Lutscher Nein Nimm dich Nein Bitte Oh Gott er mich Danke Was ist das? Ich hab da unten in der Mitte einen Schuh Du hast auch einen Schuh auf deiner Seite Was das für ein Schuh? Ja guck doch Da in der Mitte Wir stehen grad drin Wovor redest du? Was hast du getrunken? Wie kommst du denn jetzt auf einen Schuh? Ja siehst es nicht in der Mitte Unter deiner mittleren Karte Da ist ein Schuh gewesen Hä? Das sieht man jetzt nicht mehr Weil da eine Karte vor ist Willst du dich eigentlich gerade verarschen? Diese Plattform auf der die Trainer draufstehen Sieht ultra aus Wie ein Schuh Achso Hier drunter Junge Was hast du denn genommen? Ich Spezialbeschwöre Achso Zephylon Der ultimative Zeitherrscher Und beschwöre Zephylon Der ultimative Zeitherrscher Und weißt du was? Komm Es reicht Ich beschwöre Zephylon Der ultimative Zeitherrscher Und beschwöre Und beschwöre Famoser Venus Ich sehe den Schuh Peter Der Schuh Er ist da Ja Da ist er Ach man Das ist so recht Sag mal Du bist aber schon am Leben oder? Lebst du? Komm du lebst Ja Du machst den Mund darauf Okay Dann nicht Der Wagen ist allgemein etwas mehr Oh Zug 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 Hacker Folge Ist das denn von Weihnachten? Das ist der Weihnachtstransporter Da sind die ganzen Geschenke drauf Hallo Kennst du schon mein Messer? Nein Ich möchte es nicht kennenlernen Aber danke Kennt ihr mein Messer? Ja kenn ich sehr gut Ja ich weiß Töte ihn 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 Ah komm Hallo Danke Wo er Was war das da grad für ein Move? Ich hab Anlauf genommen Achso Ich wusste es Du bist Sonnenmüll Hey Ah Ja Nein Was? Cheater Bitte Ich bin weit links Ja mach das Mach das Alter Du bist Für mich bist du ne einzige Enttäuschung Habt ihr nicht gesehen? Hallo Bruder Ja Tschüss Schaffst du nicht LOL Was? Jetzt spawn ich bei dir Ich spawn bei dir Ich spawn bei dir Ach da ist er Ich hab Ich hab so gehofft Ich war so abgelenkt Alter Hä Hä Er bewegt sich wie ich? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wie man aus allen Situationen rauskommt. Warte, dann gehen wir jetzt mal nach Dings nochmal. Hä? Hä? Okay, dann halt nicht. Nein, wer hat denn... Sag mal, hast du wirklich die... Das ist doch nicht dein Ernst! Was? Alter! Wir sind jetzt an der Stelle, wo man nie hier wegkommt. Ey, komm! Ich hasse mein Leben! Du gehst jetzt da runter. Los! Oh, meint ihr, der lebt noch? Hat sich bewegt? Er lebt! Wuh! Hey! Na komm mit! Du bist mir gar nicht böse? Aber fass mich nicht an, ne? Fass mich nicht an! Pass auf, Junge, pass... Was hab ich dir denn angefasst? Pass auf, was du machst, ne? Hallo, komm mir nicht zu nah! Komm mir nicht zu nah! Hä? Suchst du Stress? Der sucht Stress! Der sucht Streit! Der hat mich gerade doof angeguckt! Oh, er blutet sogar! Aber immer noch Frieden, ne? Okay, alles gut! Hier ist ja wieder eure lieblings Giraffe! Giraffe! Was ist denn da oben? Los, schieß nochmal! Schieß nochmal auf den Jungen! Nein, 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 nein! Ja! Was, ich bin drin! Dieser Hacker! Er hat so viel schlechter gespielt! Das hat er nicht verdient! Ich hab so gut gespielt! Ja! Roll mich doch! Oh, ja! Meine Elo! Meine Elo! Och, danke! Warte! Du bist der Mörder! Jetzt lebe! 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 Wo bist du? Oh, du hast den weg jetzt! Ey! Mario, warum sprichst du da rein? Ey! Ist Lava! Was ist mit dem los? Nein! Mann! Luigi! Das war's! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Oh! Ernst! Er ist überlebt! Ah! Mario, hör doch auf damit! Ja, sorry! Ich rutsch da immer rein! Ich weiß nicht warum! Okay, ich geh! Ja, ich geh! Okay! Nein! Ich wollte doch! Du Stück! Du Stück Luigi! Hey meine Fans! Na? Ich bin Spartakus! Ihr könnt mich aber auch Spari nennen! Leute! Macht mir mal nach! Hier! Das sind eure Hände! Okay? Macht dasselbe wie ich! Hier! Da! Mach das! Mach das! So bekämpfen wir den! Okay? Die machen einfach nix! Und! Stimmt, ich kann ihn einfach greifen! Ja, was machst du jetzt, hä? Komm! Jetzt! Hör doch auf! Der Junge hat einfach nicht genug! Guck mal, wie ich ihn rumschleuder! Wie ist es? Oh ja! Ja! Nice! Hä? 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 Wolltest du mein Motorrad runterwerfen, aber bist du das selber reingefallen? Ich wollte vorher rausspringen! Nur, weil ich der einzige, der reingefallen ist! Was ist das für ein neises Auto? Dirk mal ein. Das ist ultra. Mein neues Auto. Steig in die Karre. Okay, ich komm rein. Nee, geht da noch. Alles gut. Da, guck mal. Sommer kommt auch. Hallo. Ja, verunter mich. Stell. Ja, 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 ja. Und jetzt. Alles ob. Hättest du da ins und einsteigen können. Wie cool wäre denn das? Ja. Hä? Hallo. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Boah, da ist doch das Ziel. Nein, 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 nein. Warte noch, Palette. Warte. Tricht der Time. Tricht der Time. Ich bin noch da. Ich bin noch jetzt da. Ich hasse den Jungen. Ihr Opfer. Steh doch drauf. Alter. Nein. Warum passt du nicht auf? Ich hasse dich. Ich habe paralysiert auf dich drauf gestarrt. Hey. Mann, Mann, da. Okay. Ah, noch einen. Ey, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Junge, dann wirf's doch mal richtig drauf. Hier. Nein. Nein. Ich habe gedacht, du triffst und ich spring so durch. Ist das geil. Das ist ja meine Lieblingsfolge. Was ist das? Danke. Warte. Du. Wie ist das möglich? Alleine, wie hast du es denn geschafft, das zweimal zu aktivieren? Ich war tot. Es ist halt hin und her gebaut. Okay. Vergesst nicht, den Part zu bewerten. Schaut am besten noch in die Videobeschreibung. Da ist auch einiges verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.